ja hallo hallo schönen guten tag rakish bagdadi am telefon ja hallo wer ist da bitte der bauer verlag hamburg es geht um die 5000 euro reise nach paris sie haben sich angemeldet gab es das richtig habe ich gewonnen die reise gewonnen sie sind heute im finale für die ziehungen 14 tagen in der letzten runde oh mein gott und wir haben hier für die ersten 50 teilnehmer als hauptsponsor der ganzen geschichte vorteilspakete gepackt was heißt das erzähle ich ihnen diese pakete bestehen aus zwei teilen die sind für die ersten 50 teilnehmer zu denen sie gehören im ersten teil geht es darum dass sie sich ein geschenk aussuchen können da haben wir zum beispiel für sie zum beispiel eine kaffeemaschine von der firma tippo kapselmaschine für espresso kaffee latte ok oder wir haben ein dreiteiliges reisetaschen set bestehend aus trolley shopper und kosmetik tasche und zu guter letzt haben wir einen 133 teiligen werkzeugkoffer für den heimwerker daheim was darf es da für sie sein wohin geht es reise diese dreiteilige reise das reisetaschen set ja wohin ist das paris oder london das ist ein also das ist ein schwarzer trolley koffer eine shopper tasche und eine kosmetiktasche herrbach also keine reise sondern so taschen wie bitte also ich habe gedacht das ist ein reise und das sind das taschen so koffer ja die reise da sind sie im finale das ist unabhängig vom gewinnspiel also das ist wieder was anderes getrennt das ist für die ersten 50 teilnehmer genau und da können sie sich eine kaffeemaschine oder ein dreiteiliges reisetaschen set oder ein werkzeugkoffer 133 teilig aussuchen kaffeemaschinen und da habe ich gesagt man kann damit team mitmachen ja natürlich ist eine kapselmaschine sie können alles damit machen also muss man das dieses dieses kleine dinge muss man da rein machen da muss man dieses kleine dinge rein machen und da kann man das produktion was kostet das das erzähle ich ihnen der erste teil ist kostenlos das heißt wir hätten das ist das maschine was kostet ja die kostet nichts hören sie zu ja ja noch einen zweiten teil herbert gadi ja ich hab dich doch verstanden würden wir sie einladen auf ein kurzes zwölfmonatiges probelesen probelesen heißt bei uns im haus dass sie keine kündigungsfrist haben sind also nur ein anruf von der kündigung zum ende der zeit entfernt wir hätten da zum beispiel die tv hören und sehen einer der günstigsten und einer der beliebtesten zeitschriften bei uns würde pro monat nur 9 euro kosten das heißt sie hätten dazu kostenlos ihr geschenk bekommen wir hätten keine kündigungsfrist zum ende der laufzeit und das beste ist wenn sie bestellen bekommen sie vorab per post oder per e mail alle schriftlich und was hat das jetzt mit das kaffeemaschinen zu tun das habe ich nicht verstanden die kaffeemaschine die kaffeemaschine gehört mit einer zeitschrift zusammen also und was kann man kriegen wenn man das den taschen nehmen was kann man dann bekommen ja also das gleiche das heißt egal welches geschenk sie nehmen sie hätten eine zeitschrift dazu bekommen die tv hören und sehen das einfach die günstigste die wir haben und was habe ich jetzt das habe ich nicht ganz verstanden was habe sie mit das mit das reise zu tun ist es von ihre firma ist ja wir sind der hauptsponsor der bauer verlag aus hamburg ist jeder hauptsponsor von der ganzen geschichte gewesen sponsoring ok sehr gut der hauptsponsor ja was was sind das andere sponsor wer wird mich noch anrufen niemand wird sie anrufen außer wir deswegen muss ich sagen möchten sie möchten sie dann das geschenk mit der zeitschrift haben ja habe sie weil das nicht so viel tv gucken habe sie anderes magazine ja natürlich wir haben hier noch eine auto zeitung die kostet nur 25 euro für ein ganzes halbe jahr also nur 4 euro 20 im monaten ganzes oder halbes jahr für halbes jahr 25 euro 20 bei zwölf monate zahlen sie insgesamt 50 euro 40 sie haben keine kündigungsfrist sie kommt einmal die woche das heißt sie brauchen nicht gucken dass sie kündigen das läuft von alleine aus sie kann das einmal pro woche kann ich das kündigen sie können dass das läuft aus nach zwölf monaten das ja schauen sie das ist ja so wenn sie eine zeitschrift zum beispiel nehmen ja müssen sie sich ja drei monate im voraus an abkündigen naja die kündigen wollen ja und das haben wir hier nicht mehr das läuft also einfach aus das wird immer weiter gehen genau das kann nicht weiter gehen dass ich dann nicht weiter gehen und nach das zwölf monat muss ich dann das maschinen wieder bei sie schicken nein 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 das ist das geschenk das ist kostenlos und das ist ihr geschenk und wenn man das bei lade kauft was kostet so ein maschinen ist das die kaffeemaschine kostet die kaffeemaschine kostet jetzt im laden wenn sie jetzt hängen 79 euro bei tibo ok und dass das muss jetzt ja rechnung machen 79 warte musik aufschreiben mal ein stift nehmen und das 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 taschen was das kosten die taschen kosten die taschen kosten ca 90 euro aber sie können sich halt nur eins von den geschenken aussuchen ja ja das das muss ich jetzt ja und das werkzeugen was ist denn was ist da alles ist der schlagbohrer ist 100 133 teiliger werkzeugkoffer von der marke piece da beim werkzeugkoffer kriegen sie auch noch mal zwei monate gratis oben drauf wird den nachts für zwei monate nur muss und danach muss man das wieder da heißt bei wenn sie den werkzeugkoffer nehmen bekommen sie die zwölf monate die sie bezahlen noch mal zwei monate kostenlos also der 13 und der 14 monat wäre dann für sie kostenlos und dann muss ich das koffer wieder weg geben nein das ist wenn sie so das ist ihr das ist schauen sie sie kriegen einfach ein geschenk dafür dass sie eine zeitschrift nehmen fertig ich dachte ich krieg ein geschenk weil habe ich bei das gewinnspiel gewonnen ja ja aber das hängt mit der zeitschrift zusammen dieses paket und die sind wir sind sie ja in zwei wochen beim finale dabei bei final sehr gut und was kostet das werkzeugkoffer ring was wird es kosten das weiß ich nicht wir haben hier kein preis wie heißt wie heißt es das firma wie das englisch für stückzahl so ist es warte mal muss mal amazon gucken das kann man das gar nicht finden ist immer nur ist das pink nein also das steht hier pink piece household toolkit in soft storage bank also tut mir leid ich weiß nicht also wenn sie das möchten dann mache ihnen das fertig wenn nicht dann bleibt man gewinnspiel was was 113 teilen war das 133 133 waren vielleicht ich habe das bei suche falsch reinschreiben wenn sie binden kacke genug ich kann das nicht finden aber das koste 160 euro das ist ja das ist ja und dann kann man das noch zwei monate länger kriegen ja also die zeitschrift kriegen sie noch mal zwei monate dann länger kostenlos und hast du nur das mit auto und mit tv oder hast du auch andere sache ich soll ich vielleicht was für frauen ihre frau oder so hast du tiermagazinen würde kbl ziegen also wir haben die tv movie wir haben die manchmal pause wir haben die selbst ist der mann wir haben das neue blatt wir haben neue post und was was ist bei des posten gewesen das neue bei neue post ja da ist also was bei der neuen post ist da geht es um alles da geht es um gutscheine da geht es um neuigkeiten da geht es darüber dass experten über service themen schreiben wie zum beispiel geld recht medizin ernährung ist es auch weil das hat man meine frau neulich mal sagen stehe da auch so berichte drinnen über telefonbetrug ja natürlich weil das ist bei uns immer große thema ist also ist da hilfe dinge von experten was kann man dagegen machen ja 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 neue post also da steht alles mögliche ist nicht genau was das ist das ist wie verbraucherschutzung weil das meine frau letzte mal sagen das letzte mal ist bei das heft ist hat immer bei tankstellung kaufen wo wagen kaputt gegangen sie sagt da war so poster drinnen von telefon ziege und dieses bei bei wohnzimmerung aufhängen also das klingt ein sehr gutes zeitschrift was das kosten also soll ich in die neue post machen und was kosten die neue post kostet ja für ein ganzes vierte jahr also für drei monate 24 euro und bei ganze jahr bei ganze jahr sind wir bei ganze jahr sind wir bei 96 euro 20 und kann man dann wenn man das bei ganze jahr machen können wir dann mengen rabatt kriegen nein wir müssen doch die machen bazar das geht nur zwölf monate das ist das mindeste ja brato bazar 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 jetzt können wir bazar machen könntest du mir noch was geben wenn ich machen könnte ich hätte dicke bazar gemacht aber habe kann ich nicht hast du keine baby bazar noch nicht ja aber kommt ja ja was was wirst du machen alles mögliche ich will lebensmittel verkaufen ich will maultaschen russische maultaschenstand mache ich russische maultaschenstand mache ich soll ich dir ich habe eine freundin der macht es hat ein russisch küchen vielleicht kannst du da eine austauschung machen soll ich dir das kurz geben warte mal können sie gerne machen dmitry komm mal her wir müssen das anhören hallo wer ist da hallo hallo ha ha blöd wie eine russische maultaschen ich hätte ihm nämlich höchstens das maul gestorpt zucker